Es geht wieder einmal hektisch zu in der Küche von Lamotte-Boeuvran. Eine Jagdgesellschaft hat sich zum Essen angekündigt. Und Stephanie, zuständig für Süßspeisen und Gebäck, will rasch noch einen Apfelkuchen backen. Doch in der Eile bemerkt sie nicht, dass sich in der Backform, in die sie schon die Äpfel gefüllt hat, kein Teig befindet. Was also tun? Die Gäste sind hungrig, der Chef ist streng und ihr guter Ruf steht auf dem Spiel. Da kommt ihr die rettende Idee. Sie legt den Teig über die Äpfel und schiebt die Backform in den Ofen. Am Ende dreht sie das Ganze einfach um. Das Ergebnis ist fantastisch. Die weltberühmte Tarte Taterne ist erfunden. Fehler zu machen ist unangenehm. Sie einzugestehen noch viel mehr. Schon von klein auf lernen wir, Fehler zu vermeiden. Beim Diktat in der Schule, bei der Prüfung in der Ausbildung, bei unseren Entscheidungen fürs Leben. Dabei passieren Fehler jeden Tag und überall. Ein Termin wird verpasst, eine Diagnose falsch gestellt, ein Examen nicht bestanden, die Beziehung geht in die Brüche. Fehler zu machen ist kein peinliches Versagen. Es ist völlig normal. Und Fehler bringen uns meistens sogar voran. Ohne sie gibt es keinen Erkenntnisfortschritt. Das setzt sich inzwischen auch in den Chefetagen großer Firmen durch. Waren Fehlermeldungen im Geschäftsalltag bisher oft angstbesetzt und tabuisiert, verleihen manche Unternehmen inzwischen Preise für den Fehler des Monats. Oder sie gründen Start-ups, eigens zu dem Zweck, die Betriebsabläufe von außen auf Schwachstellen zu überprüfen. Mit einem überraschenden Ziel. Gefragt wird nicht mehr, wer etwas falsch gemacht hat, sondern was aus Fehlern zu lernen ist. Kein Wunder, dass in puncto Fehlerkultur ausgerechnet Familienunternehmen am fortschrittlichsten sind. Aus dem gegenseitigen Grundvertrauen heraus wird nicht nach einem Schuldigen gesucht, sondern gemeinsam überlegt, wie man es künftig besser machen kann. Fehler gehören zu unserem Menschsein. Sie sind vielleicht das Beste und das Spannendste an uns. Und Fehler sind Helfer. Beide Worte haben die gleichen Buchstaben nur in anderer Reihenfolge. Stehen wir also zu unseren Fehlern. Denken wir daran, dass immer wieder auch etwas so Wunderbares aus ihnen entstehen kann wie eine Tarte Tartan.